Die Motivation für ihn ist so, er will unbedingt gut werden. Er sagt auch immer, er möchte jeden Tag ein Stück besser werden. Und das haben wir jahrelang vermissen lassen bei den deutschen Azubis. Da haben wir am Schluss nur noch, sag ich mal, nicht so einfache junge Menschen gehabt und die sind jetzt einfach motiviert, die wollen einfach weiterkommen. Die wissen, Deutschland ist eine Chance für sie, zum Weiterkommen, zum Geld verdienen und das ist für uns als Unternehmer genial.